Ja, viele berühmte Schauspieler wie Liefers und so weiter haben mit verzweifelter Ironie im Internet wohl ziemliche Aufmerksamkeit erreicht, aber eben leider verzweifelte Ironie statt echter Lösung der Next Scientist for Future. Also zum Beispiel die Ironie irgendwie so, ja, wir sollten auch alle Supermärkte noch dicht machen, denn wenn wir alle verhungert sind, dann kann sich das Virus nicht mehr verbreiten. Ja, ist ja auch eine Idee, ne? Ja, und der Abschluss der Aufklärung dabei, die echte Lösung wäre eben der Abschluss der Aufklärung. Und was wäre der Abschluss der Aufklärung? Was wäre die entscheidende Frage von allen sozusagen? Ja, stellen wir sofort die entscheidende Frage, die aus der Aufklärung, aus der Weltspitze der echten Naturwissenschaften resultiert. Ich rede also nicht von den üblichen Pseudowissenschaften, die wir vielfach haben, wo es mehr darum geht, Ideologie zu machen für den bösartigen Raubtierkapitalismus. Ja, das ist das Endergebnis von Naturwissenschaften und der Epoche der Aufklärung. So, können Sie sich ernsthaft diese Fragen stellen? Können Sie sich ernsthaft die folgenden Fragen stellen? Wenn nicht, sind Sie einfach nur ein Opfer dieser ganzen Fehlentwicklung der letzten 400.000 Jahre. Ein völlig blindes Opfer. Können Sie sich ernsthaft diese Fragen stellen und dann ganz offen mit diesen Fragen umgehen? Besteht mein Weltbild aus manipuliert worden sein durch vorteilbringende Irrtümer der Sparten? Woher nehme ich die Sicherheit, frei zu sein von vorteilbringenden Irrtümern bzw. parasitären Memen oder Killerviren des Geistes? Woher nehme ich diese Vorstellung, dass alle großen Konzerne der Welt Abermilliarden jeden Tag ausgeben, um uns alle zu durchzumanipulieren von vorne bis hinten? Und dass Sie als Mensch von all dem völlig frei seien, sondern Ihr Weltbild reine Wahrheit sei. Woher nehmen Sie diese Vorstellung? Ich nehme die Hoffnung, dass ich schon relativ frei bin von vorteilbringenden Irrtümern daraus, dass auch ich, wie viele andere Wissenschaftler in Weltrat und Next Scientist for Future, mich über 50 Jahre mit Wissenschaft beschäftige und der ständigen Frage darauf hin, wo ist Irrtum, wo ist Wahrheit? Wo ist Irrtum, wo ist Wahrheit? Wo ist Irrtum, wo ist Wahrheit? Haben Sie das gemacht, haben Sie 50 Jahre Wissenschaft gemacht und ständig die Frage gestellt, was ist hier Pseudowissenschaft, was ist echte Wissenschaft? Wo ist Irrtum, wo ist Wahrheit, wo ist Irrtum, wo ist Wahrheit? Haben Sie wahrscheinlich nicht. Und ja, und können Sie sich diese Fragen stellen? Besteht mein Weltbild aus manipuliert worden sein durch vorteilbringende Irrtümer der Spaten? Also zum Beispiel ich fordere in jeder Talkrunde in Zukunft alle Leute auf, zu sagen, wo denken Sie, dass ich Opfer bestimmter vorteilbringender Irrtümer welcher Spaten bin? Und warum, wieso? Denn das mache ich schon seit 53 Jahren, mich das ständig zu fragen. Ja, und aber so versuche ich auch zu öffnen, dass die anderen Talkrundenteilnehmer, wir haben ja jetzt immer drei Talkrunden, sie sind natürlich auch herzlich eingeladen, liebe ZuhörerInnen, wir haben jetzt montags, mittwochs und samstags abends immer Talkrunden. Unsere ist montags, mittwochs ist die von einem der Mitglieder des Orga-Teams der ersten Frack-Partei, als einer der Frack-Parteien. Und samstags ist eine Runde, da ist auch immer ein anderes Mitglied des Orga-Teams der Frack-Parteien dabei, der Begründer, der berühmte Begründer der freien Argumentkultur als Grundlage echter Basisdemokratie. Also das ist eigentlich der Vertreter, der einzige Vertreter, den wir gefunden haben, der es mit echter Basisdemokratie ernst meint, während alle anderen, die von Basisdemokratie reden, bis jetzt bei uns den Eindruck hinterlassen haben, dass sie es nicht wirklich ernst meinen, sondern nur fassadenmäßig mit Basisdemokratie argumentieren, aber sie nicht wirklich ernst meinen, sozusagen. Ja, dann sozusagen gehe ich mal dahin, dass ich Ihnen jetzt nochmal im Schnelldurchgang sage, Achso, hier erstmal unten rechts wieder an dem rundlichen Ding, Ihre Wunschgeschwindigkeit bei jeder Sendung im Internetfernsehen einstellen. Fast überall, bei fast jedem Anbieter, nicht nur bei YouTube, können Sie unten rechts irgendwo ein rundliches Ding einstellen und dort Ihre Wunschgeschwindigkeit einstellen für die jeweiligen Sendungen. So, und dann gucken wir doch mal rein. Also, gucken wir mal rein. Also, sozusagen, können Sie sich fragen, liebe Zuschauerinnen? Gehören Sie zur Schwellspitze des Denkens und können sich fragen, wo bin ich von vorteilbringenden Irrtümern oder gar kriminellen Lügen? Andere Menschen vielleicht durchmanipuliert wurden? Deren vorteilbringende Irrtümer wurden in meinem Kopf zu Killerviren des Geistes, zu parasitären Memen. Nehmen wir als Sammelbegriff für all die drei der Einfachheit halber vorteilbringende Irrtümer, auch wenn es nicht ganz stimmt, weil die vorteilbringenden Irrtümer einer Sparte wandeln sich in den Köpfen der Opfer, könnte man sagen, wirken dort als Killerviren des Geistes oder parasitäre Meme, während sie eben in den Köpfen der jeweiligen Sparten als vorteilbringende Irrtümer wirken. Aber der Einfachheit halber fassen wir all das zusammen als vorteilbringende Irrtümer, damit wir nicht immer sagen müssen, Killerviren des Geistes und parasitäre Meme. Also, sind Sie sicher, dass in Ihrem Kopf keinerlei vorteilbringende Irrtümer, kriminelle Lügen, irgendwelche Sparten der Gesellschaft, irgendwelche Branchen oder was auch immer Sparten, sie durchmanipuliert haben, sind Sie sicher, dass das bei Ihnen überhaupt nicht passiert ist. Und an Ihnen all die Bemühungen dieser Milliarden von Werbegeldern und Manipulationsgeldern an Ihnen allen, an Ihnen total vorbeigegangen ist. Sozusagen leben Sie in der Illusion, ich bin der total unmanipulierte Mensch. Ich selbst, nach über 50 Jahren Wissenschaft, bin sicher, dass ich noch manipuliert bin. Zum Beispiel habe ich immer noch die von unserer Kultur unterrichtete Homophobie. Ich habe immer noch Angst vor Männern. Also auch besonders vor Körperkontakt mit Männern und so weiter. Ja, also das heißt, es ist unendlich schwierig, all diese vorteilbringenden Irrtümer, all diese Massenmanipulationen rauszuwerfen aus den Gehirnen. Und man schafft es immer nur teilweise. Aber sind Sie bemüht daran, bei sich auch zu versuchen, sich zu öffnen für den Gedanken, dass Ihr gesamtes Weltbild vielleicht ausschließlich aus den vorteilbringenden Irrtümern und den kriminellen Lügen irgendwelche Manipulateure bestehen könnte, der Sparten der Gesellschaft? Oder leben Sie in der Illusion, es gäbe in der Welt nur bei allen Sparten nur den kooperativen Anteil und das wären ja alles die Wahrheiten, die Pharmakonzerne, die Impfkonzerne, die würden alle nur, die würden keine Irrtümer raushauen sozusagen, sondern nur Wahrheiten. Ja, leben Sie in dieser Illusion? Ich kann Ihnen sagen, ich vermute, dass der antikooperative Anteil 90 Prozent beträgt und der kooperative Anteil bei den meisten Sparten höchstens 10 Prozent beträgt. Ja, es ist natürlich nur ein Schätzwert. Natürlich nur ein Schätzwert. Schluckwasser. Dann, warum haben wir so viel vorteilbringende Irrtümer im Kopf? Ja, weil die Evolution, das Naturgesetz von Mutation und Selektion leider nach der Erfindung von Tauschhandel, Markt- und Arbeitsteilung automatisch in eine neue Epoche eintritt. Zwangsläufig. Das geht nicht anders. Tauschhandel, Markt- und Arbeitsteilung stellen sozusagen die Evolution von den Füßen auf den Kopf. Und wir müssen sie dann wieder als Reparateure wieder vom Kopf auf die Füße stellen. Was verändert sich in der Evolution? Ja, dass eben der Früharzt und Frühhändler, der in der Wahrheit lebt und sagt, es ist toll, dass ihr so naturbelassen liebt und lebt in euren Kommunen und so weiter und dass ihr euch so rein naturbelassen ernährt. Ich helfe euch dabei nur ein bisschen. Aber im Prinzip habt ihr dadurch so starke Immunsysteme, dass ihr mich nur sehr wenig braucht. Sowohl als Händler nur wenig braucht, als auch als Früharzt sehr wenig braucht. Und dann kommt irgendwann, kommt es automatisch, so wie es zu genetischen Mutationen zwangsläufig kommen muss in der Evolution, weil dieses Universum so gebaut ist und unsere DNS so gebaut ist und entsprechend unsere Gehirne so konstruiert sind, dass sie zwangsläufig zu Mutationen im Gehirn führen und die dann als Irrtümer. Also der lebte in der vollständigen Wahrheit. Aber es muss zwangsläufig nach der Erfindung von Tauschhandel, Markt und Arbeitsteilung. Es kommt sowieso immer zu gewissen Irrtümern. Und dann kommt irgendwann es zum ersten Irrtum, zur ersten Irrtumsmutation des Denkens. Und dann irrt sich hier dieser Früharzt und Frühhändler irrt sich. Er sagt, nein, ihr könnt ruhig meine völlig denaturierte Kunstnahrung kaufen, die ist genauso wertvoll wie eure frühere Naturnahrung. Da gibt es überhaupt keine genetischen Anpassungsprobleme oder Passungsprobleme. Nein, überhaupt nicht. Nein, gar nicht. Esst ruhig nur das ganze Zeug. Nein, und da gibt es so winzige Mikroorganismen, Viren, Bakterien, Pilze und so weiter. Mikroorganismen, die sind allmächtig und die sind die wahren Krankmacher. Mit eurem Lebensstil und mit eurer Ernährung und mit eurem Bewegungsmangel hat das alles gar nichts zu tun. Das liegt alles nur an den Krankheitsursachen, sind immer nur diese Mikroorganismen. Und da habe ich was für euch. Da verkaufe ich euch Chemotherapien, Antibiotika, Medikamente, Impfungen, Tests, Masken und, und, und. Und da verkaufe ich euch das und nur dann könnt ihr gesund leben. Und jetzt passiert das Paradoxe, nämlich, dass dieser sich irrende Frühhändler mit seinem Irrtum, dass dieser Irrtum sich unter Bedingungen von Marktarbeitsteilung und Tauschhandel sich als vorteilbringend erweist und dadurch kann er hier zum Beispiel drei Enkel, vier Urenkel ernähren und hochziehen und alle werden sie hier raus und er wird der Vorfrage von Drosten, Wieler, Lauterbach, Aldi, Alnatura und Rewe und so weiter. Und hier findet er noch geistige Nachahmer und Schüler, auszubildende Lehrlinge und so weiter, Azubis. Und irgendwann wird sogar ein Universitätsfach eröffnet für seine vorteilbringenden Irrtümer und dann werden diese vorteilbringenden Irrtümer gelehrt und werden eben auch den heutigen Drosten, Zwillers und Lauterbachs und Aldi, Alnatura und Rewe gelehrt, sozusagen. Sodass dann die ganze Welt ist voll vorteilbringenden Irrtümern und dann dadurch dann die gesamte Weltbevölkerung durchmanipuliert wird mit diesen vorteilbringenden Irrtümern. Und glauben sie wirklich, dass sie frei davon sind? Wie können sie so etwas glauben? Wahrscheinlicher ist, dass ihr gesamtes Weltbild ausschließlich aus manipuliert worden Sein besteht. Das ist viel wahrscheinlicher, als dass all diese Manipulationsprozesse, all diese Werbemilliarden der Menschheit täglich, dass die alle spurlos an ihnen vorübergegangen sind in all ihren zusätzlichen Effekten. Zum Beispiel die zusätzlichen Effekte können sein, dass zum Beispiel hier dieser Frühhändler, dass zum Beispiel die Fernsehsender und die Zeitschriften zum Beispiel solche Irrtumsgeschichten berichten, wie eine Gruppe hat die andere nachts totgeschlagen und so weiter. Obwohl wir damals vor 400.000 Jahren, als diese Erfindungen getätigt wurden, längst seit vielleicht einer Million Jahre in einer voll pazifistischen Menschheitsphase gelebt haben, ohne Eifersucht und ohne Rivalenkämpfe und ohne eigentlich fast völlig frei, praktisch völlig frei von Gewalt gelebt haben. Aber dann erzählt er solch eine Irrtumsgeschichte und was machen die Leute? Die kriegen Angst, kaufen Frühwaffen vom Frühhändler sozusagen und rüsten sich und irgendwann kommt jemand auf die Idee, einen Präventivkrieg zu machen und dann kommt plötzlich der Krieg wieder in die Welt. Die Gewalt kommt wieder zurück in die Welt und zwar durch die Waffenhändler und deren Irrtumsgeschichten, die sie erzählen. Oder er erzählt so eine Irrtumsgeschichte, ja, ekelhaft, euer ständiges Geschmuse und dieser Sex und dieses lange Stillen, das ist ja widerwärtig und ekelhaft, hört auf damit, davon werdet ihr ja krank und so weiter. Ja, und Selbstbefriedigung macht Gehirnschwund und so weiter. Das sind ja so Aussagen, wie sie noch vor einigen Jahrzehnten noch gelehrt wurden oder Jahrhunderten, ich weiß es nicht, wie lange das jetzt genau her ist. Aber das heißt also, mit solchen Irrtumsgeschichten sind wir alle von vorne bis hinten durchmanipuliert worden. Ja, und die haben uns alle beeinflusst und der Mensch von heute ist einfach ein verklemmtes Wesen aufgrund dieser Massenmanipulationen und so weiter. Und glauben Sie wirklich, dass Sie völlig frei sind von all diesen vorteilbringenden Irrtümern? Und jede Sparte hat ihre eigenen, ja, also die Sozialsparten sind ja die gefährlichsten Sparten inklusive der NGOs und so weiter. Und alle haben sie ihre eigenen Manipulationen und dann kommt die Gesundheitssparten, die haben wieder ihre eigenen Manipulationen, ihre vorteilbringenden Irrtümer. Und dann kommen die Rüstungssparten und so weiter. Ja, und so sind, jede Sparte hat irgendwelche vorteilbringenden Irrtümer und hat die, impft ihr Gehirn die ganze Zeit damit. Und sie, sie sind da nicht in die Irre geführt worden von. Ja, also ich weiß, ich bin ganz drastisch in die Irre geführt worden und habe ganz viel Zeit gebraucht, mich teilweise davon zu befreien. Und auch die anderen, die Professoren und Doktoren und so weiter von Weltrat und Next Scientist for Future sind auch immer nur teilweise frei von diesen vorteilbringenden Irrtümern. Also, und sie sind eben, zumindest sind diese Professoren relativ offen für diese Frage, ob es nicht sein könnte, dass auch ihr gesamtes Weltbild eventuell geprägt sein könnte von den vorteilbringenden Irrtümern irgendwelcher Sparten. Ja, und wie muss man das kontern? Man muss jetzt also quasi, die Reform sieht so aus, dass man überall starke positive Anreize setzen muss. Man muss also anhand von Steuerungselementen oder Messgrößen wie Wohlfühlstimme, Gesundheitsaufwand, Erwartungskurve, tatsächlicher Gesundheitsaufwand und Steuer- und Abgabenleistung, über den Rest kann man diskutieren. Man kann über alles diskutieren, aber man muss also anhand dieser Messgrößen, die ja letztendlich Gesundheit, Glücklichsein und Langlebigkeit und auch Wohlstand der Bevölkerung auch mitmessen sozusagen. Und dann muss man eben diesen sich irrenden Frühhändlern und so weiter, den ganzen Sparten, muss man starke positive Anreize setzen, sodass sie nur noch dann Verdienstzuschüsse bekommen oder andere positive Anreize, alle positiven Anreize wie Beförderungsmöglichkeiten und so weiter, Karrieremöglichkeiten, alle positiven Anreize werden gekoppelt daran, ob sie tatsächlich mein Wohlfühlen, meine Gesundheit und meine Langlebigkeit und vielleicht meinen Wohlstand vergrößert haben oder eher beschädigt haben und dadurch sterben dann die vorteilbringenden Irrtümer schlagartig aus mit unserer Hilfe. Und überall werden die Wahrheiten wieder zu vorteilbringenden Wahrheiten und dann breiten sich ruckzuck in aller Welt nur noch Wahrheiten aus und die ganze Menschheit kann gesunden und wir haben dann für alles Lösungen. Ja, dann der größte vorteilbringende Irrtum der gefährlichsten Sparten, der Sozialsparten, ist die Illusion, dass alle Neugeborenen gleich seien, dass sie alle gleichermaßen potenzielle Genies seien. Das ist der größte Irrtum aller Zeiten, denn naturwissenschaftlich steht fest, dass die Evolution ein Ungleichheitserzeuger ist und erzeugt aktiv immer und zu jeder Zeit kleinere Gehirne, größere Gehirne, weniger leistungsfähige Gehirne, stärker leistungsfähige Gehirne. Also die Ungleichheit unter den Menschen wird immer wieder aktiv erzeugt von der Evolution. Und der größte Irrtum ist die Gleichheitsillusion. Ja, wie gesagt, kann sein, dass die Menschen vor 400.000 Jahren im urmatriarchalen, pazifistischen Bonoboschenker-Kommunismus gelebt haben, mit bis zu 120 Individuen pro Gruppe und die Töchter sind dann immer abgewandert in die Nachbarkommunen und alles überspannte ein liebevolles kooperatives Netz. Und der einsame, kaufsüchtige Single, den der bösartige Raubtierkapitalismus erzeugt, ist dann zum Unglücklichsein verurteilt, weil er eigentlich genetisch sozusagen seine Glücksmöglichkeiten gebunden sind an diese Lebensweise. Also das kann sein, halte ich für möglich, muss man mal schauen, wie sich das entwickelt, wenn wir die Negativevolution in eine Positivevolution wieder umgedreht haben. Dann ein ganz anderer großer, gewaltiger Irrtum ist auch, dass man dieser Hass auf die Milliardärskönige, die Politikkönige, die Journalistenkönige und so weiter, ja, nur mit ihnen gemeinsam, liebevoll mit ihnen kooperieren, können wir diese Weltprobleme lösen, aber nicht gegen irgendjemanden, ja, wir müssen alle zusammen das Problem lösen. Ja, die NGO ist vielleicht extrem gefährlich, ja, das war ja hier, ich zeige es nochmal kurz, das war ja unser Angebot. Sie können es nicht ganz lesen, holen Greta Thunberg und die For Futures, die gewünschten 900 Milliarden fürs Klima am 18. 19.05. ist, glaube ich, schon ein oder zwei Jahre her oder verfallen diese, ja, das war unser Angebot, denn wir sind, die nextscientistsforfuture.de sind die einzigen, die auf der Welt, die überhaupt wissen, wie man das Klimaschutzproblem richtig löst. Professor Hans-Werner Sinn hat diesbezüglich gewisse Ahnungen in die richtige Richtungen, aber das ist auch nicht ausgereift und ist nicht komplett. Ja, so, dann können wir hier wieder zurückgehen, dann haben wir hier, wo bin ich hier, da war ich, und ja, das ist noch einmal umgedreht, ist nicht so wichtig. Ja, und wie kann man die eigenen vorteilbringenden Irrtümer enttarnen, indem man die letzten 13,8 Milliarden Jahre dieses Universums ausreichend gut genug studiert und dann kriegt man eben mit, was alles passiert ist und dann sieht man auch die Hinweise für den Degenerationsverlauf, dass also unser Gehirn gestiegen ist von einem halben Liter Hubraum Leistungsfähigkeit auf vor 40.000 1,5 Liter Hubraum, aber da flachte sich die Kurve schon ab und kippte um in den Degenerationsprozess und jetzt haben wir nur noch hier nur noch 1,35 Liter Hubraum. Die Menschheit wird immer dümmer, weswegen zu befürchten steht, dass die Menschheit das Problem niemals wird lösen können, sondern in einem Schrecken ohne Ende, Leiden ohne Ende, in einem Kreislauf des Leidens ohne Ende verbleiben wird und es uns allen immer noch schlechter gehen wird. Und ja, das klappt doch wunderbar, wenn ich zurückschaue auf die letzten ein, zwei Jahre, dann klappt das doch mit dem, dass es uns immer schlechter geht, das klappt doch wunderbar. Ja, noch einmal die Links- und Rechtsextremisten, die politische Landschaft ist das sozusagen, die Links- und Rechtsextremisten, die Kriminellen, Links- und Rechtskriminellen wahrscheinlich mit den kleinsten Gehirnen, immer stets gewaltbereit und hier die bodenständige Linke, die Next Scientist for Future und ein paar vernünftige CDU- und FDP-Mitglieder, mit denen man sich vielleicht noch bis zum gewissen Grad vernünftig unterhalten kann. Das ist nun mal die Spitze der Welt des Denkens und alles andere ist dann wieder nicht ausreichend, kann man wieder in der Pfeife rauchen. Leider bringt nichts, weil nur hier gibt es Lösungen, die diskutierbar sind, ja, im extrem intelligenten Bereich. Ja, und dann haben wir hier, ja, das muss ich mal zumachen, hier, da stimmt was nicht. Gucke ich mir nochmal an. Das dürfte ja gar nicht da sein, wenn ich das jetzt alles durchklicke. Müsste es ja weg sein. Ja, jetzt ist das das letzte Bild und dann gehe ich hier rüber, mache hier mit den Bildern weiter. Ja, also das Denken in Volksentscheid-Wahlprogrammen ist die Eröffnung zur freien Argumentekultur, also weder irgendwelche Experten der Welt und deren Reformvorschläge aussondern sie alle in fünf Vorschlagsgruppen oder Vorschlagsfelder einzufügen und dann die Wählerinnen konsensieren zu lassen und nicht irgendwelche nicht repräsentativen Wählerstichproben der Parteimitglieder, sondern einfach konsensieren lassen über diese Vorschlagsalternativen, die Wählerinnen konsensieren lassen. Erst da beginnt dann echte Basisdemokratie mit echter freier Argumentekultur. Ja, und das ist eben die Evolution. Wir sind alle Bio-Roboter und alles andere sind vorteilbringende Irrtümer, irgendwelche Sparten, die uns manipulieren wollen. Und als Bio-Roboter läuft es bei uns wie bei Zellteilungen. Wir bilden Aussackungen unserer Selbst in die Zukunft hinein. Und dieses hier ist eine Aussackung des genetischen Vaters und der genetischen Mutter gleichermaßen in die Zukunft hinein. Und all unser Sinnen und Streben läuft darauf hinaus und nicht auf Wahrheit, sondern der Mensch ist ein Bio-Roboter, dem es in erster Linie darum geht, nützliche Gedanken zu finden. Also das können auch Irrtümer sein. Nützliche Gedanken und dafür zu sein, um genügend Futter heranzubringen und Zugang zu hochwertigen Eizellen und Samenzellen von Sexpartnern zu finden, sodass man dann möglichst viele Aussackungen seiner selbst in die Zukunft hinein überlässt. Und wobei der höchste Akt, der höchste egoistische Akt in der Welt, der wird oft als der selbstloseste Akt der Welt hingestellt. Das ist also auch wieder ein Riesenirrtum irgendwelcher Sparten, sozusagen irgendein vorteilbringender Irrtum. In Wirklichkeit gibt es keinen egoistischeren Akt, als wenn die Mutter selbst eine neue Nabelschnur zwischen Brustwarze und Mundlippen des Babys aufmacht. Und wenn sie ihr Neugeborenes stillt und ihr Kind jahrelang stillt, dann ist das ein höchst egoistischer Akt, weil sie sie eigentlich sich selber in der Zukunft, die Aussackung ihrer selbst in die Zukunft füttert. Und das macht jeder gesunde Organismus aus rein egoistischen Gründen. Es ist also der egoistischste Akt, den man sich vorstellen kann, ist also das Stillen. Und wenn ein Vater dann alles, was er findet, den Frauen und den Kindern schenkt, dann ist das auch ein hoch egoistischer Akt und nichts Selbstloses. Das ist kein Altruismus, kein selbstloser Altruismus. Ja, und eben die Absage an alle Rechten, dass jede biologische Gruppe braucht immer frische Gene. Wir freuen uns also darüber, wenn zu uns eine hochkompetente schwarzafrikanische Gesundheitswissenschaftlerin oder Ärztin kommen will und wirklich tolle Gene mitbringt und so weiter und die dann keine Parallelgesellschaft begründet, sondern mit schon länger hier lebenden Männern dann Kinder bekommt, dann begrüßen wir das sehr. Das ist die Prise an Multikulti, die man immer braucht. Aber das heißt nicht, dass man jetzt plötzlich sozusagen extreme Parallelgesellschaften für sinnvoll hält. Gar nicht, sondern das Gegenteil. Insofern braucht es eine realistische, rassismusfreie Sichtweise der Gesellschaftsgestaltung. Ja, und vielleicht noch einmal zurück hier vorhin. Wir müssen eben auch dafür sorgen, dass eben in der Bevölkerungspolitik, dass wir hier wieder Kinder bekommen werden, die vorteilbringenden Irrtümer, dass zum Beispiel der Sozialsparten uns alle durchmanipuliert haben, dass wir es okay gefunden haben, dass das Kinderkriegen hier übernommen worden ist. Das führt aber dazu, dass wir alle immer dümmer werden und im weltweiten wirtschaftlichen Wettbewerb kaputt gehen und auch militärisch uns irgendwann nicht mehr schützen werden können. Und dann, ja, also wir müssen sorgen dafür, dass es wie in jeder biologischen Gruppe ist. Jede biologische Gruppe sorgt letztendlich dafür, dass die Kinder, die meisten Kinder, die wichtigsten Kinder hier geboren werden und hier möglichst gar keine geboren werden. Also von hier nach hier. Hier werden die meisten Kinder geboren, hier wenige Kinder geworden und hier nach Möglichkeit gar keiner. Geboren werden oder angenommen werden. Ja, das war es schon wieder mit dieser kurzen wissenschaftlichen Tagesschau heute. Tschüssi, bis bald. Die nächsten Talkrunden sind also jetzt am Samstag, dann wieder Montag und Mittwoch. Das sind so die Fixtermine, die wir jetzt für die nächste Zeit haben. Sie können sich jederzeit melden. Telefonisch anrufen, Vorgespräch und dann können Sie teilnehmen. Tschüssi, bis bald.